Dieses, ähm, heute werden wir wohl viel trinken, aber ich hoffe, dass wir morgen ein bisschen zusammenreißen werden, dass wir hier ein... Morgen früh, morgen Abend, oder? Joachim, du meintest, dass wir uns morgen früh zusammenreißen, aber nicht morgen Abend, oder? Morgen Abend, oder? Morgen früh, dass wir uns mal ein bisschen beim Frühstück zusammenreißen werden. Und, ähm, ich hoffe, jeder ist mal ein bisschen dran, das ist ja sehr wichtig, dass wir eben halt, ähm, da denken, weil ich hab auch kein Wissen... Und Junge, auch Junge hat ja ein bisschen... Ja, das hat die Ersten, äh... Ich meine, wir können heute richtig geil Party machen, morgen Abend und Party machen, aber denk dran, morgens früh, um halb acht... Du, das machen wir!